Das sind hier die Events, ich zeige es mal gerade, diese mit diesen, diese Vierecke, das sind die Events. Da wo so ein Kranz drumherum ist, die haben wir schon gemacht. Ja, aber die zeigen wir trotzdem nochmal. Und falls ihr die Story sehen wollt, dann schaut lieber woanders vorbei, weil wir werden nicht die Story von Anfang an machen, sondern einfach so mittendrin anfangen, das so ein bisschen spielen und nicht so sehr auf die Story achten.